Du bist der, der nicht übertreibt, wenn er sich beschreibt und das zeigt. Du bist wirklich tight gegenüber unterdrücken und armen, öffnest du dein Herz ganz weit und das zeigt. Du bist wirklich tight, du bist der, der bei Ungerechtigkeit nicht schweigt und das zeigt. Du bist wirklich tight gegenüber unterdrücken und armen, öffnest du dein Herz ganz weit und das zeigt. Du bist wirklich tight, wenn Gott dich führt, bist du bereit und verbirgst dich nicht feig. Wenn jemand in Not ist und du helfen kannst und das zeigt. Du bist wirklich tight, ist der, der bei seinen Freunden bleibt, selbst wenn man sie mit Feuer vertreibt und das zeigt. Du bist wirklich tight, du bist wirklich tight. Er ist wirklich tight, dieser Wüte zeigt es. Satan, der feitert und schreitet mit den Menschen vor zu immer schlimmeren Dingen. Doch Gottesfeuer wird den Teufel für immer verschlingen und auch alle Menschen, die nicht zu Gott umkehren wollen. Kehre um zu deinem Gott, der diese ministerin hat, ausdrücken und das zeigt. Du bist der, der nicht übertreibt, sucht und schreit und das zeigt. Du bist wirklich tight, du bist der, der bei Ungerechtigkeit nicht schweigt und das zeigt. Du bist wirklich tight. Bis zum nächsten Mal.